Servus Leute! Neues Video auf YouTube, ich bin der Jonas und warum ich hier auf der Hand so eine komische Narbe habe und die nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich auch nicht Rad fahren kann, das seht ihr nach dem Intro, also bleibt auf jeden Fall dran. Jo Leute, also ich bin hier mal an den Waldrand gefahren, um mit euch ein bisschen zu quatschen, ein bisschen was zu erzählen und am Ende gibt es auch noch ein paar GoPro Aufnahmen. Und zwar ist mir was passiert, ich bin die Trail Trophy am Geißkopf mitgefahren, die letzte Trail Trophy aus der Trail Trophy Serie, dieses Jahr für 2021, war ich angemeldet, wäre ich mitgefahren. So, wir sind am Freitag den ganzen Tag Training gefahren, war auch mega geil, hat Ultra Laune gemacht, richtig geile Strecken, die Jungs haben sich mal wieder richtig Mühe gegeben, da richtig coole Sachen reinzustellen. Ich bin dann am Freitagabend noch Prolog gefahren, der war nicht so Bombe, ich war schon ziemlich kaputt vom Tag, war aber ganz okay, kann man nichts sagen. Da ist mir auf der Fahrt nach unten die Batterie leer gegangen von der GoPro, wo ich hochgetreten bin, war der Batteriestand noch auf 30% und die GoPro hat es nicht geschafft, eine Abfahrt noch aufzunehmen. Naja, okay, egal. Auf jeden Fall sind wir am Samstag dann ganz normal aufgestanden, ich hatte so um 12 Uhr ungefähr Startzeit, das heißt morgens relativ viel Zeit und wir hatten eine Liftkarte. Deshalb haben der Mike, der Matze und ich uns gedacht, hey, lassen wir nochmal mit dem Lift hochfahren, eine Trainingsabfahrt machen auf der Enduro 2, die ist samstags auch nicht im Rennen drin gewesen, das heißt, das wäre auch völlig okay gewesen. Haben wir dann auch so gemacht, sind mit dem Lift hoch und die Trainingsabfahrt gefahren und ungefähr auf der Hälfte von der Trainingsabfahrt bin ich gestürzt. Ja, was ist da passiert? Ich erkläre euch mal die Situation. Also das war im Endeffekt ein Off-Camper-Stück über feuchte Wurzeln, kann man sagen, ziemlich loose alles, musste man so Off-Camper über Wurzeln, ziemlich über die Highline rüber, ein Transfer rüberfahren. Eigentlich eine coole Stelle, habe ich am Tag vorher im Training auch perfekt getroffen eigentlich, hat richtig Laune gemacht. Ja, jetzt ist in dieser Trainingsabfahrt, die wir da morgens samstags vor dem Rennen gemacht haben, mir das Vorderrad auf einer Wurzel weggerutscht, auf einer ziemlich gemeinen Wurzel, das sind Kollegen am Tag vorher auch schon 2-3 Mal gestürzt. Das wusste ich aber nicht und ja, das Vorderrad ist auf jeden Fall weggerutscht, ich war auch nicht besonders schnell unterwegs. Ich bin zur Seite umgefallen mit der Hand bzw. mit dem Lenker auf der rechten Seite, ja, in den Loam rein im Endeffekt und habe meine Hand angeschlagen. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, jo, nichts Spektakuläres, passiert mir 20 Mal im Jahr. Ja, ist mir auch schon oft passiert dieses Jahr, aber dieses Mal hatte ich einfach Pech. Mehr kann man den Sturz nicht beschreiben, ich glaube, ich habe keinen großen Fehler gemacht, nasse Wurzeln gibt es überall, wo man mal wegrutscht. Ich glaube, jeder von euch ist schon mal weggerutscht. Ich war nicht unter besonderem Druck, ich war nicht unkonzentriert, wir waren, das war die Einrollrunde, also wir sind uns warm gefahren, ich war nicht irgendwie körperlich kaputt oder so. Das war einfach Pech. Pech war auch, dass ich wahrscheinlich mit meinen Knöcheln von meiner Hand mitsamt dem Lenker in dem Loam, wo ich reingestürzt bin, irgendwo dran geknallt bin. Und da habe ich mir die Mittelhand gebrochen. Ich hatte sofort nach dem Sturz ziemlich starke Schmerzen, habe auch keine Kraft mehr in der Hand gehabt, konnte den Lenker gar nicht mehr greifen, habe dann mein Rad rausgeschoben auf den Skihang, habe den Skihang runtergeschoben und bin den nächsten Schotterweg runter zum Auto gerollt. Und ja, meine Hand war in der Zwischenzeit ungefähr doppelt so groß geschwollen wie die andere Seite. Der Mike hat mir dann noch geholfen, mein Rad ins Auto einzuladen. Vielen Dank auf jeden Fall. Mega, dass man Kumpels dabei hat, die einem dann helfen und da immer für einen da sind, richtig geil. Vielen Dank an alle, die mir da geholfen haben auf jeden Fall. Ja, ich hatte dann auf jeden Fall so starke Schmerzen, dass ich mich entschieden habe, am Geistkopf zur Bergwacht zu gehen, habe dann da von denen ein Schmerzmittel und eine Infusion gekriegt und bin mit dem Krankenwagen nach Deckendorf ins Krankenhaus gefahren worden. Das Schmerzmittel hat auch gut geholfen. Fentanyl habe ich da bekommen, für die Leute, die es interessiert. Dann habe ich logischerweise ganze Corona-Aufnahme im Krankenhaus. Gott sei Dank bin ich geimpft, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Dann haben die im Krankenhaus der Unfallchirurg meine Hand untersucht, war sich zuerst nicht so ganz sicher, hat dann ein Röntgenbild gemacht und auf dem Röntgenbild war das dann ganz klar zu sehen. Ich blende euch das Röntgenbild mal ein. Ich glaube, da erkennt jeder Laie drauf, was passiert ist oder was an der Hand kaputt ist. Genau, ich habe eine Mittelhandfraktur zwischen oder beziehungsweise vom Ringfinger und vom Mittelfinger. Jetzt ist es aber so, dass wohl durch diesen Schlag vorne auf die Knöchel die Frakturen aneinander vorbeigeschoben haben. Ihr seht, der Bruch ist auch relativ längs im Knochen und da hat es eben die zwei Mittelhandknochen aneinander vorbeigeschoben. Das heißt, das Ganze musste jetzt operativ versorgt werden. Ich bin dann dort entlassen worden im Krankenhaus. Die Sina hat mich dann abgeholt. Mega, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich bin dann den Rest vom Wochenende noch am Eventgelände geblieben, habe den anderen zugeguckt, die angefeuert von den Schmerzen ging es. Ich habe dann so eine Gipsschiene gekriegt und dann war die Hand eigentlich relativ ruhig gestellt und dann ging es echt klar. Die Jungs vom HD Freeride haben dann meinen Bus nach Hause gefahren. Auch richtig geil. Danke an André und an Manu, dass die Jungs das gemacht haben. Richtig geil, weil ich musste ja irgendwie vier Stunden vom Geistkopf heimkommen. Ich bin dann montags gleich hier in Heilbronn bei mir daheim in die Praxis gegangen, die ich vom Rettungsdienst ganz gut kenne, wo ich weiß, dass sich eben viele Leute zufrieden sind. Ich habe es da dann untersuchen lassen und auch der Arzt hat gesagt, dass es definitiv operiert werden muss. Und ich hatte dann am Dienstag gleich einen OP-Termin. Ich bin dort unter Vollnarkose operiert worden und habe jetzt zwei Platten in die Hand gekriegt auf diese Mittelhandknochen, weil man eben die Mittelhandknochen durch das, dass sie aneinander vorbeigeschoben waren, auseinanderziehen musste und dann mit den zwei Platten fixieren. So, jetzt ist das Ganze über drei Wochen später. Ich habe keine Schiene mehr an der Hand, kann die Hand auch relativ gut bewegen. Die Platten, die spannen natürlich ziemlich in der Hand. Ich habe Physiotherapie zweimal in der Woche, gehe da zweimal hin und mache da meine Übungen. Am Anfang auch noch Lymphdrainage. Ja, von den Schmerzen geht es eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich echt zufrieden, kann auch meine Finger und so jetzt nach drei Wochen wieder ziemlich gut bewegen, kann die auch benutzen, kann was greifen. Aber ich kann meine Hand halt nicht weiter als so im Endeffekt schließen. Ja, also eine Faust kann ich noch nicht machen, weil hier oben die Fingerknochen sich noch nicht abwinkeln können am Knöchel. Ja, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich wieder Rad fahren kann oder wann ich wieder richtig greifen kann, wann ich auch wieder arbeiten kann. Das muss man jetzt einfach sehen, wie weit ich mit der Physiotherapie komme, wie weit ich meine Hand wieder bewegen kann, wann die Platten auch wieder raus müssen. Kann sein, die können ein Jahr oder zwei Jahre drin bleiben, je nachdem wie gut ich meine Hand bewegen kann. Oder die müssen nach drei bis vier Monaten schon wieder raus. Dann würde ich jetzt halt im Endeffekt noch länger ausfallen. Das muss man jetzt einfach sehen. Ihr fragt euch jetzt sicher, ob ich einen GoPro-Clip von dem Sturz habe. Nein, habe ich nicht, weil ich wollte natürlich, dass das Rennen die GoPro voll bleibt und ich da ein bisschen Akku spare. Und ich habe gedacht, beim Einfahren, das ist eh nicht spektakulär. Aber der Sturz, muss ich auch dazu sagen, wäre nicht spektakulär für euch gewesen. Ihr hättet einfach gesehen, wie ich weggerutscht wäre. Mehr nicht. Aber ihr wisst auf jeden Fall jetzt mal Bescheid, was mir passiert ist beim Rennen, was jetzt kaputt ist. Ich muss jetzt einfach gucken, wie weit ich mit der Physiotherapie komme. Und ich denke, auf Instagram werde ich euch da auch auf dem Laufenden halten. Ich habe trotzdem ein paar Videos geplant, die in nächster Zeit kommen sollen. Guck, dass ich da irgendwie weitermache. Kann halt sein, dass mal das ein oder andere Video ausfällt, weil ich halt kein Content vom Radfahren habe. Aber ich gucke mal, was ich für euch zaubern kann. Hab ja jetzt ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, jetzt gibt es noch ein paar Clips vom Training. Ich denke, da sieht man auch ganz cool. Ein paar Strecken. Dann gibt es in dem Video nicht nur Gelaber, sondern auch ein bisschen Radfahr-Action. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ein bisschen ins Training rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich konnte einfach ein bisschen die Erfahrung mit euch teilen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Jetzt noch weiter mit den GoPro-Clips. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Danke. Ciao. Hallo. Herzlich willkommen zu Njogl's neuen Video. Das ist Patrick Sturm. Der ist berühmt. Patrick. Der ist berühmt. Gerücht. Hallo, Matze. Hallo. Hallo. Wo sind wir? Fahrradfahren. Geist drauf. Warte, ich muss... Warte. Mach weg. Hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Race-Log vom Jogl. Richtig. Neues Video. Neues Video auf Jogl seinem Kanal. Wir haben natürlich super Prime-Conditions wieder. Einwandfrei. Gar nicht nass. Aber schnell kann ja jeder fahren. Über den Parkplatz gerollt. Auf ganz entspannend. Im Trockenen kann ja jeder schnell fahren. Genau, richtig. Ja, Tag 1 hier. Wir trainieren heute. Aber ich denke... Wer hat Matze dabei natürlich? Die Legende. Den berühmten Patrick Sturm. Kim, die on bike. Da die komischen von Schwäbisch Hall. Hallo. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, genau. Und wir sehen uns aber denke ich beim Prolog. Weil das ist der erste Clip für euch. Werden wir sehen. Aber wir machen uns gerade ready fürs Training. Und dann mal schauen was geht hier. Matze, die Legende. Bis dann. Haut rein. Ciao. Leute, ganz wichtig. Alle im Schaltwerk schweigern. Ein Fahrrad kaufen. Guter Laden habe ich gehört. Fahrt Raw Mountainbikes. Nein. So ein Schmarrn. Achtung. 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 B cyclone. Achtung. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Geil! 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 Geil!